Das ist für uns leichte Worte auf der Zunge. Leichte Worte auf der Zunge und eine große, große, die größte Entscheidung für das Dies und das Jenseits. Der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, oder aus der Sunna des Propheten geht er vor, dass wer zum Islam übertritt, dass alle seine Sünden verziehen werden. Dass alle seine Sünden verziehen werden. Die Kleinen, die Großen, alle Sünden. Das heißt, ein neues Leben beginnt für den Mensch, als wenn er neu geboren wäre. Und dies ist ein Zeichen, dass der allmächtige Gott Allah einen liebt. Und wenn der allmächtige Gott dich liebt, wer will dir dann etwas tun? Wir haben eine Person hier, Alhamdulillah, die will aus freien Stücken den Islam annehmen. Und wir gehen das jetzt inshallah durch. Ich werde das zuerst auf... Es wäre besser, wenn sich die Leute setzen, denn dann sehen die anderen auch. Ich werde das zuerst auf Arabisch vorsagen und danach werde ich das auf Deutsch nochmal sagen. Du sagst das mit der Absicht, du sagst das mit der Absicht, zum Islam überzutreten. Inshallah. Und du weißt, dass dann alle deine Sünden verziehen werden. Du weißt, dass la ila illa muhammad rasulullah bedeutet, dass man Allah alleine anbeten muss, dass er der allmächtige Gott ist. Du weißt, was es bedeutet, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist, dass man Allah so dient wie der Prophet gezeigt hat, dass er uns den Weg zeigt. Du hast das schon verstanden? Alhamdulillah, du hast dich damit beschäftigt. Mit der ganzen Sache, du weißt, worum es geht. Alhamdulillah. Du machst das aus freiwilligen Stücken. Alhamdulillah. Okay, ich sage das erst mal auf Arabisch vor. Eshedu. Enle. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa eshedu. Wa eshedu. Enne. Muhammed. Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Die Frauen können mal die neue Schwester beglückwünschen für die beste Entscheidung in ihrem Leben. Möge Allah sie festigen. Und möge Allah sie ins Paradies führen. Amin. Und möge Allah sie auf diesen Weg segnen. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. ächster meaning. Amin. oria Vielen Dank.